Das große Potenzial für unsere Gesellschaft, das sehen wir dort drinnen, dass jenen Menschen, die schon den Glauben daran verloren haben, dass sie einen Platz finden in unserer Wissensgesellschaft, ihnen wieder Mut machen können und dass sie dazugehören. 40 Prozent der Erwachsenen haben große Probleme, herkömmliche Informationen zu verstehen. Und was wir machen, das ist, wir formulieren solche Informationen und Texte von Behörden und Unternehmen um, sodass sie dann eben ihre Informationen auf den Websites und so weiter in einer leicht lesbaren und leicht verständlichen Form anbieten können. www.feyyoutube.com